Achtung, Achtung, die Volksverdommung kann Folgen haben. Dies ist eine davon. Und damit hallo und herzlich willkommen zur siebten Folge der Volksverdommung. Die erste Folge im neuen Jahr im Jahr 2022. Meine Neujahrsvorsätze sind es auch, weiter in diesem Jahr Podcast-Folgen zu produzieren. Ich hoffe, das kommt euch auch entgegen. Und auch in diesem Jahr heiße ich Dominik und euch herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschalten habt. Ich möchte mich für die vielen, vielen guten, tollen, freundlichen Rückmeldungen zu den letzten Folgen bedanken. In der letzten Folge oder bei den letzten zwei Folgen war ja der Abstand so kurz zwischen den Folgen, dass ich da eher weniger Feedback einbauen konnte. Dafür habe ich umso mehr für diese Folge zum einen die Interview-Folge, Interview mit einem Vampir-Fan. Die letzte Folge, die wir noch so ganz knapp vorm neuen Jahr vor Silvester aufgenommen haben, kam sehr gut an. Das freut mich. Es gab Rückmeldungen an meine Gästin auch. Sie wurde jetzt sehr, sehr sympathisch aufgefasst. Vielen Dank nochmal, dass du mitgemacht hast, Kari. Ich weiß, du hörst auch die Folgen an. Wir machen da hoffentlich noch eine weitere Folge. Ich hoffe, dass wir da nochmal ein zweites Mal zusammenkommen und vielleicht einfach über die vielen, vielen Themen, die da bestimmt noch offen waren, weiter reden können. Ansonsten wird es auch weiterhin noch Folgen mit Gästen geben. Ich habe da schon was geplant, zwar noch nicht zeitlich, aber ich bin schon dabei, die Inhalte so ein bisschen abzustecken. Und da gibt es auf jeden Fall in hoffentlich nicht allzu ferner Zukunft nochmal was Neues. Auch die Einstieg ins Pen & Paper-Rollenspiele-Folge war sehr, sehr gut angekommen. Auch das freut mich. Es hat mich auch sehr gefreut, dass ich dann sehr viele Rückmeldungen bekommen habe von eigenen Erfahrungen im Rollenspiele ausprobieren, im Rollenspiele leiten. Oder auch Rückmeldungen von Leuten, die gesagt haben, ich hatte damit bisher noch gar nichts am Hut und habe jetzt aber doch mal ein bisschen Lust, da reinzuschauen. In dem Zusammenhang habe ich auch noch eine Frage, eine sehr interessante Frage zugeschickt bekommen, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Und zwar lese ich einfach mal vor, was mir da geschickt wurde. Aber bei all den existierenden Systemen stellt sich mir nicht nur die Frage, was einsteigerfreundlich ist und was nicht, sondern auch, worin sich zum Beispiel D&D und DSA grundlegend unterscheiden. Weil wenn der Inhalt der Geschichte letztlich von den Spielern kreiert wird, letztlich also nichts mit dem System zu tun haben, was macht dann die Spielumgebung aus? Das ist, glaube ich, eine der großen Fragen, die mich immer überfordert haben. Was kann das eine, was das andere nicht kann? Ja, vielen Dank für diese Frage. Es ist eine sehr gute, sehr interessante Frage und ich habe mir dazu ein paar Gedanken gemacht und möchte euch natürlich die Antwort darauf auch nicht vorenthalten. Zum einen haben die Systeme natürlich bedingt schon so ein bisschen was mit der Geschichte zu tun. Wenn man zumindest die Systeme betrachtet, die wie D&D oder DSA-Setting gebunden sind, irgendwie so ein bisschen, dann beeinflusst natürlich das System die Geschichte schon oder ein bisschen andersrum die Geschichte das System. Die Storys können zwar völlig frei ausgedacht werden, aber gerade bei den länger existierenden Rollenspielen gibt es dann doch sowas wie eine übergreifende Weltgeschichte mit wichtigen Persönlichkeiten, wichtigen Orten und so weiter. Das heißt, da kann man dann natürlich in dem Fall, dass man so ein etabliertes System wie DSA oder D&D verwendet, schon eher drauf zugreifen und muss sich da dann auch nicht mehr so viel ausdenken. Das ist der Vorteil von so einem etablierten System. Ich habe einfach einen unglaublichen Fundus an Sachen, die mir zur Auswahl stehen und vor allem sind die Welten natürlich auch schon so ein bisschen einzigartig mit einzigartigen Monstern und ähnlichen und die Geschichten, die Monster, die Personen, die NPCs, die Gegenstände und all sowas ist auch ein bisschen auf das System zugeschnitten. Natürlich passen dann auch diese ganzen Settings eben immer direkt zu dem entsprechenden System. Das heißt, wenn ich, nehmen wir mal DSA raus, spiele, dann habe ich hier natürlich schon mal das Setting. Das heißt, ich habe die Welt Aventurien, in dem das Ganze spielt, damit verbunden, die Geschichte wirklich von Aventurien, was es da für Reiche gab, die sich an welchen Stellen wie miteinander bekriegt haben, daraus dann diverse andere Reiche hervorgegangen sind und ähnliche Sachen. Wir haben dann natürlich auch, was so Regelwerke auch immer ausmacht, sind nicht nur die Regeln selbst, sondern eine unglaubliche Ansammlung an Listen. Das heißt, ich habe Listen von Monstern, wo die Monster draufstehen, mit ihren entsprechenden Werten, vielleicht auch schon mit was für ein Loot die droppen, also was an Gegenständen oder Geld oder sonst irgendwas dabei rumkommt. Wir haben dann auch festgelegt in den einzelnen Systemen, wie die Erfahrung funktioniert, wie man also auflevelt, wie man zu besseren Fähigkeiten kommt oder natürlich auch Systeme, in denen sowas dann gar nicht möglich ist, wo man quasi dann einfach auf seinem Charakter, den man sich so zusammengestellt hat, mehr oder minder festgelegt ist. Es gibt Listen mit Gegenständen, das ist besonders wichtig beim Einkaufen sozusagen, was ja Rollenspielgruppen dann gerne auch mal machen vor so einem Abenteuer ist erstmal in den Markt gehen oder in irgendeinen Tantlerladen oder sonst irgendwas und sich da dann richtig einzudecken im Rahmen ihrer aktuellen Möglichkeiten für das entsprechende Abenteuer, auf das sie sich vorbereiten. Und da kommt es dann auch wieder drauf an. Bei komplexeren Systemen haben wir dann vielleicht sogar an unterschiedlichen Orten unterschiedliche Kosten für einzelne Gegenstände und so weiter. Also ich möchte jetzt gar nicht so lange breit treten. Wir haben ganz einfach sehr, sehr viele Listen, die einfach vollständig auf das System zugeschnitten sind und dementsprechend auch quasi vom Balancing in dieses System passen. Das ist glaube ich auch nochmal einfach so ein großes Unterscheidungsmerkmal, würde ich sagen, insofern, dass da eben diese Geschichten doch auf das System irgendwie zugeschnitten sind und das in irgendeiner Form beeinflussen. Und ansonsten steckt bei allen Systemen einfach der Teufel im Detail. Die Systeme haben alle leichte Unterschiede, wie irgendwas berechnet wird, wie sich irgendwas zusammensetzt, wie genau die Proben ablaufen. Ich glaube, die größten Unterschiede zwischen den Systemen haben wir hier dann wahrscheinlich immer im Kampf bzw. falls vorhanden in der Anwendung der Magie. Und da muss man, glaube ich, einfach ausprobieren, was einem Spaß macht und was einem keinen Spaß macht. Ich kann natürlich auch jederzeit, wenn ich mich mit einer Runde zusammengefunden habe und da ein bisschen spiele und feststelle, der ein oder andere Aspekt ist und das hinzu komplex, vielleicht eine gemeinsame Lösung finden, wie man damit umgeht, ob man das rausnimmt, ob man sich einfach darauf einigt, weniger Proben zu werfen, weniger Erleichterungen oder Erschwerungen damit drauf zu geben und ähnliches. Also da ist es einfach schwer, so auf Anhieb zu sagen, das ist der essentielle Unterschied zwischen den Systemen. Die haben natürlich alle relativ viele Gemeinsamkeiten, relativ viele Ähnlichkeiten und da kommt es dann auf die persönliche Präferenz im Detail an. Das Schöne bei Rollenspielsystemen ist ja, man muss sich nicht auf ein System festlegen. Wenn ich also mal eine Runde DSA ausprobiert habe, es muss ja nicht gleich ein mehrwöchiges Abenteuer sein, was ich dann in wöchentlichen Sitzungen durchspiele oder sowas. Das kann ja auch ein sogenannter One-Shot sein, also eine kurze Geschichte, die man in ein paar Stunden an so einem Abend oder so einmal durchspielen kann. Und auf die Weise kann man dann auch sehr, sehr viele Systeme einfach ausprobieren. Er fordert natürlich für die entsprechenden Spielleiter dann immer ein bisschen mehr Aufwand, wenn sie sich jedes Mal in ein neues System einarbeiten können. Aber ich glaube, man findet dann auf Dauer schon ein paar Systeme. Die meisten Leute, die ich kenne, spielen nicht exklusiv ein System, sondern mehrere Systeme. Und dann kann man sich da so seine eigenen persönlichen Favoriten raussuchen. Oder man sucht sich halt immer unterschiedliche Gruppen, in denen sowieso unterschiedliche Systeme oder sowas gespielt werden. Und auf die Weise kann man dann auch mehrere Systeme kennenlernen und da seine persönlichen Favoriten zusammensetzen. Ja, das war jetzt eine relativ ausführliche Antwort auf eine auch sehr ausführliche Frage. Ich fand die Fragen, waren mehrere Fragen, glaube ich, insgesamt so interessant, dass ich sie auf jeden Fall mit euch teilen wollte und das auch hier nochmal ein bisschen beantworten wollte. Gerade weil die Folge zum Einstieg in Pen & Paper Rollenspiele ja wirklich dafür gedacht war, dass vor allem Leute, die bisher damit noch keine Berührung hatten, mal so ein bisschen einen Überblick bekommen und vielleicht einschätzen können, ob es für sie interessant ist und dann vielleicht auch einfach mal auszuprobieren, was mich natürlich freuen würde. Wenn ihr es ausprobiert, lasst es mich gerne wissen, lasst mich gerne wissen, für welches System ihr euch entschieden habt, was für Erfahrungen ihr damit gemacht habt. Gerne jederzeit natürlich auch Rückmeldungen, immer wie sonst auch über Twitter an atvolksverdommung oder über meinen E-Mail-Account volksverdommung at gmail.com. Da gerne einfach melden, gerne was schreiben, dann kommt das vielleicht auch in der nächsten Folge dran. Je nachdem, wann ich die so aufnehme. Jetzt aber erstmal zum Thema der heutigen Folge und wir steigen mal ein mit dem Anfang aus einem sehr, sehr bekannten Spiel, glaube ich. Und zwar dürfen wir uns alle in einen Kreis setzen und dann wird es Nacht im kleinen Dörfchen düsterweit. Die Bewohner legen sich nach einem langen, anstrengenden Tag in ihren Häusern zu Bett. Es wird still im Dorf und nur noch die Geräusche der Nacht sind zu hören. Mitten in der Nacht erwachen als erstes die Wehrwölfe. Und damit sind wir beim heutigen Thema. Ja, es geht um Wehrwölfe. Den Einstieg kennen vielleicht einige von euch aus dem wunderbaren Gesellschaftsspiel Wehrwölfe. Oder die Wehrwölfe von Düsterwald heißt, glaube ich, die Originalfassung. Indem Wehrwölfe unter den Bewohnern eines Dorfes ihr Unwesen treiben und des Nachts immer einen nichtsahnenden Bewohner in den Tod reißen. Und es darauf ankommt, dass entweder die Dorfbewohner zuerst alle Wehrwölfe erledigen oder die Wehrwölfe alle Dorfbewohner. Ja, das war Wehrwölfe eigentlich der Vorläufer, der Analogvorläufer von Among Us wahrscheinlich. Heute geht es um Wehrwölfe. Ein neuer Eintrag in der kleinen Serie Vielfältige Völker. Vielfältige Völker 2. Wehrwölfe. Wehrwölfe sind nach dem, was eigentlich so alle Geschichten gemeinsam haben, meistens ursprünglich Menschen, die in irgendeiner Form freiwillig oder unfreiwillig die Fähigkeit erlangt haben, sich in einen Wolf zu verwandeln. Das kann entweder gewollt sein, wie beispielsweise in der Filmreihe Underworld, oder ungewollt, wie beispielsweise bei Harry Potter oder bei Hemlock Grove. Die meisten Wehrwölfe oder sehr oft haben Wehrwölfe dann nach der Verwandlung in einen Wolf keine Kontrolle mehr über das eigene Verhalten. Sie ziehen fast tollwütig durch die Gegend, greifen alles an, suchen sich ihre Opfer. Oft ist diese Verwandlung auch mit dem Vollmond kombiniert. Das heißt, die Wehrwölfe verwandeln sich bei Vollmond in ihre Wolfsgestalt und sobald der Vollmond dann zu Ende ist oder ein paar Tage später wieder zurück in die Menschengestalt. Die Weitergabe dieser Fähigkeit, sich in einen Wolf zu verwandeln, kann oft, zumindest in der Darstellung, durch einen Biss geschehen. Das heißt, wenn man das Pech hat, von einem Wehrwolf angegriffen zu werden, das Glück hat, nicht komplett zerfetzt zu werden, dann besteht die Chance, dass man selbst auch ein Wehrwolf wird. Das haben wir zum Beispiel auch wieder bei Harry Potter, glaube ich. Da ist es auch der Biss, der dann die Opfer zu neuen Wehrwölfen werden lässt. Sehr oft können Wehrwölfe durch Silberwaffen oder Silberkugeln verletzt und getötet werden, oft auch mit Weihwasser, weil sie ja doch in irgendeiner Form, wie Vampire auch dämonische Kreaturen sind. Und Wehrwölfe kommen ja tatsächlich auch sehr, sehr häufig, gerade in den moderneren Geschichten zusammen mit Vampiren vor. Deswegen habe ich mir gedacht, wir hatten schon eine Vampir-Folge. Wir gehen jetzt diese Folge noch auf die Wehrwölfe ein. Wenn man Wehrwölfe mal historisch betrachtet, dann findet man da sehr, sehr, sehr viele Erzählungen, sehr, sehr viele Geschichten, die in irgendeiner Form Menschen in Wölfe oder teilweise auch andere Tiere verwandeln lassen. In einer älteren Auffassung, so eine mittelalte Auffassung, nämlich aus dem Mittelalter, da waren es keine Bisse oder so, die die Leute in Wölfe verwandelt haben, sondern ein Pakt mit dem Teufel. Das waren Männer, die einen Pakt mit dem Teufel eingegangen sind und von selbigen dann einen schicken Gürtel aus Wolfsfell bekamen. Und dieser Gürtel erlaubt es ihnen dann, sich zu verwandeln. Ja, die Opfer haben sie meistens zerrissen und aufgefressen. Hier gab es also keinen Hinweis darauf, dass die Bisse eines Wehrwolfs dann dazu führen, dass man sich in einen Wolf verwandelt. Das tatsächlich ist auch, wie vieles, eine Erfindung von Hollywood. In den, ich glaube, 40er Jahren im Film The Wolfman, wenn ich es richtig im Kopf habe, da kam das dann das erste Mal vor, dass ein Biss sozusagen dazu geführt hat, dass man zu einem Wehrwolf wurde. Im Mittelalter, wie gesagt, eher die Vorstellung, dass man sich einen Gürtel aus Wolfsfell, natürlich nicht irgendeinen, sondern einen vom Teufel persönlich erstellten und wahrscheinlich von Prada vertriebenen dann Wolfsfellgürtel dazu verwendet hat. Ein eher weniger grausamer Vertreter der Wehrwölfe ist ein Wehrwolf aus dem Rheinland. Der Stüpp, der zerfetzt und zerbeißt seine Opfer nicht, sondern wählt eine etwas langsamere Methode. Er hockt ihnen nämlich auf. Also man sieht das dann in den Bildern in der Darstellung, so dass der Wolf halt auf dem Rücken hockt von den Leuten und wenn die dann zu Tode erschöpft umfallen, hat er quasi sein Werk getan und sucht sich dann wahrscheinlich das nächste Opfer, auf dem man ein bisschen rumsitzen kann. Die ersten Spuren von Wehrwölfen gibt es tatsächlich schon sehr, sehr viel früher als im Mittelalter. Schon in den Höhlenmalereien lassen sich teilweise so Wolfsmenschkreaturen ausmachen. Das heißt, man geht davon aus, dass auch schon zu Zeiten der Steinzeitmenschen in irgendeiner Form so eine Art Wolfsglaube oder Wehrwolfsglaube vorhanden war. Wenn man dann ein bisschen weiter geht in der Geschichte, kommt man beim Gilgamesch-Epos, bei den babylonischen Erzählungen an. Gilgamesch-Epos ist da so eine Sammlung von Mythen aus dem babylonischen Reich. Da gibt es dann auch Erzählungen von Leuten, die sich in Wölfe verwandeln können. Bei den Griechen gibt es das ebenfalls. Da verwandelt Zeus so einen König in einen Wolf, bis der es dann irgendwie schafft, sich wieder zurückzuverwandeln. Die Römer haben dann teilweise schon angezweifelt, dass es sowas wie Wehrwölfe gab. Mag vielleicht mit der Gründungsgeschichte zusammenhängen, man weiß es nicht. Schwedische Katholiken haben dem dann wieder widersprochen, allen voran ein schwedischer Geistlicher namens Ulaus Magnus. Der hat nämlich so ein bisschen Forschung betrieben, würde ich jetzt mal sagen, in Anführungszeichen, zu den Wehrwölfen. Das war ein Missionar, ein Katholik, der ja ein bisschen rumgezogen ist und hauptsächlich versucht hat, Leute in den nordischen Ländern zum Katholizismus zu begehren. Der hat behauptet, dass es durchaus in den nordischen Ländern, bei den nordischen Völkern, Leute gibt, die die Fähigkeit haben, sich bei Vollmond in Wölfe zu verwandeln. Die Verwandlung in seinen Schilderungen dauert dann meistens mehrere Tage. Und diese Wehrwölfe haben in der Tat sehr interessante Bräuche. Die treffen sich nämlich an der Grenze zu Litauen. Da haben die so ein eigenes Gebiet, wo die eine riesige Mauer gebaut haben. Trump wäre stolz. Und diese Mauer testen, oder mit dieser Mauer testen sie ihre Kraft. Als Machtdemonstration, als Kraftdemonstration muss da jeder Wehrwolf, der in Litauen an der Grenze rumlungert, über die Mauer springen, um so seine Kraft zu demonstrieren. Und wer zu fett ist, wird von den anderen verarscht. Also gute Bräuche, diese bei den Wehrwölfen in Litauen pflegen offensichtlich. Wie bei den Vampiren auch, gab es dann im Laufe der Zeit auch tatsächlich, sagen wir mal, Wissenschaftler, die versucht haben, einen rationalen Erklärungsansatz für die Wehrwölfe zu finden. Und natürlich, genau wie bei den Vampiren auch, haben sie da extreme Formen von seltenen Krankheiten herangezogen. Das ist aber eher weniger bestätigt, dass das irgendwie wirklich ein Ursprung sein könnte für diesen Wehrwolf-Glauben. Was ein sehr viel plausiblerer Grund wäre, wäre Tollwut. Denn Menschen, die mit Tollwut infiziert sind, legen tatsächlich sehr wolfsähnliches Verhalten an den Tag. Irgendwelche krassen Schluckreflexe, die dann sehr, sehr komische Sounds von sich geben. Die, ja, so eine Raserei, in die die Menschen vielleicht auch verfallen, irgendwas auch wild um sich beißen und kratzen, das kann schon durchaus bei abergläubischen Menschen, glaube ich mal, so ein bisschen einen Wehrwolf-Glauben durchaus auslösen. Ansonsten werden an solchen Stellen natürlich auch immer Psychosen mit angeführt. Also auch da gibt es sicherlich irgendwas, wobei man, gibt es sicherlich auch irgendwo eine Grundlage. wobei man da sagen muss, dass vielleicht das eine das andere auch bedingt hat. Also dass so eine Psychose, jemand hält sich für einen Wehrwolf, natürlich auch irgendwie schon voraussetzen muss, dass es sowas wie einen Wehrwolf-Glauben gibt, woher der in irgendeiner Form seine Inspiration ziehen kann. Ansonsten gibt es noch einen Erklärungsversuch auch, dass das in gewisser Form mit irgendwelchen Ritualen zusammenhängt, eventuell auch mit der einen oder anderen Droge, die da mit im Spiel war. Das ist auch natürlich durchaus möglich, dass sich die Leute in irgendwelchen Halluzinogenen Räuschen was Schönes ausgedacht haben. Wobei menschenfressende Wölfe da vielleicht nicht unbedingt die schönste Art der Halluzinationen sind. Wenn wir eher in die letzten Jahre schauen und nicht ganz so weit zurück, wie wir das gerade getan haben, dann stellen wir fest, dass natürlich die Wehrwölfe gleichzeitig, mehr oder minder gleichzeitig, mit den Vampiren auch in den letzten Jahren wieder so ein bisschen einen Aufschwung bekommen hatten. Nicht zuletzt wahrscheinlich durch die Twilight-Bücher und Filme, aber auch durch viele weitere Bücher, Filme, Serien, die so in den letzten 10, 15 Jahren wahrscheinlich irgendwo rausgekommen sind. Natürlich, wie immer, wenn wir über irgendwas Fantasy-mäßiges reden, fast immer, ist auch treffsicher Harry Potter wieder mit dabei. Professor Lupin, der Wehrwolf aus Harry Potter, ist ja wahrscheinlich auch ein sehr beliebter Charakter, würde ich jetzt mal sagen, sehr tragisch. Das folgt ja eher dem klassischen Ansatz, dass der Biss die Krankheit überträgt und die unwillentlichen Opfer dann quasi mehr oder minder zwangsweise zu Wehrwölfen werden. Wir erfahren in Harry Potter auch, dass diese Raserei, dieses Verstand verlieren, von Wehrwölfen durch in neuster Zeit, in Anführungszeichen, zum Harry Potter-Zeitraum durch Tränke kontrolliert werden kann. Das heißt, dass die Wehrwölfe nicht mehr wild irgendwie in eine Raserei, einen Zerstörungsdrang fallen, wenn sie sich verwandeln, sondern dass sie eben bei klarem Verstand bleiben. Sie verwandeln sich bei Vollmond in Wehrwölfe. Zumindest im Film, glaube ich, sieht man aber auch, dass sie sich auch, wenn sie ein bisschen mächtiger unterwegs sind, bewusst auch außerhalb vom Vollmond willentlich einfach in einen Wolf verwandeln können. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob das Kanon ist und im Buch auch so vorkommt, aber soweit ich weiß, war ja J.K. Rowling auch bei den Filmen relativ stark involviert und hat relativ spezifisch angegeben, was geht, was nicht geht. Deswegen würde ich jetzt mal behaupten, was man in den Filmen sieht, ist auch so in Ordnung und abgesegnet. Dann haben wir in der Filmreihe noch Underworld mit dabei. Underworld gab es ja mit drei Teilen, wenn ich nicht irgendwo noch einen Spin-Off oder einen vierten Teil übersehen habe. Und da gibt es ja die relativ tragische Geschichte der Wehrwölfe, die werden in Underworld Lycana genannt. Da kann das Wehrwolf-Dasein sozusagen vererbt werden oder auch übertragen. Underworld spielt sehr stark mit so einem Klassensystem, gerade bei den Vampiren, aber eben auch bei den Wehrwölfen mit den alten Geschlechtern, den ursprünglichen Vampiren und Wehrwölfen und solchen Geschichten. Und dann quasi in einer niedrigeren Stufe von Leuten, die entweder durch einen Biss auch zum Vampir wurden oder durch einen Biss oder Ähnliches, eine Übertragung zum Lycana wurden. Die Wehrwölfe waren ursprünglich die Wachhunde der Vampire, die sie quasi bei Tag beschützt haben. Wenn die Vampire durch Sonnenlicht verwundbar waren, konnten die Wehrwölfe ganz normal im Sonnenlicht überleben und haben so quasi dann die Vampire bei Tag während dem Schlaf beschützt. In Underworld ist es auch so, dass alte und mächtige Wehrwölfe nicht mehr auf den Mond angewiesen sind und sich quasi jederzeit auch bewusst verwandeln können. Die bleiben ganz allgemein auch relativ bei Verstand nach der Verwandlung, also die verfallen nicht unbedingt in so einen Raserei-Tollwut-Zustand. Ansonsten gab es relativ neu noch eine Netflix-Serie The Order. Die haben bei den Wehrwölfen einen sehr interessanten, nämlich eher den historischen Ansatz. Das heißt, da gibt es, wenn ich es richtig im Kopf habe, eine begrenzte Anzahl an Wehrwölfen und die potenziellen Kandidaten, also die potenziellen Menschen werden dann von den Wehrwölfen sozusagen selber ausgewählt und zwar von den Fällen. Da bekommt jeder Wehrwolf quasi einen Pelz und wenn der Pelz Besitz ergreift von diesen Menschen, wird er zum Wehrwolf. Wenn der Mensch stirbt, dann kehrt das Feld selbstständig wieder zurück zu so einer Art Tempel der Wehrwölfe und sucht sich dann so einen neuen Menschen, der dann zukünftig der Mensch im Wolfspelz sein wird. Das ist ein ganz interessanter Ansatz, ist auch eine ganz nette Serie, kann man ganz gut mal so nebenbei wegschauen. Er mischt so ein bisschen Fantasy mit so College Film Leben Ding, nicht ganz so cringy wie in den 90ern, so American Pie und solche Geschichten, sondern schon ein bisschen angenehmer zum Angucken. War auf jeden Fall ganz nett, das mal kurz wegzugucken, ist jetzt kein keine neue Serie des Jahrhunderts oder sowas. Dann gibt's noch Hemlock Grove, auch das war eine Netflix-Serie, die basiert allerdings auf einem Buch und zwar auf dem Buch Hemlock Grove. Das Buch ist in drei Staffeln verfilmt worden in der Netflix-Serie. Hemlock Grove hätte tatsächlich auch bei der Vampir-Folge schon ganz gut gepasst, da habe ich es weggelassen, jetzt kommt's hier bei den Wehrwölfen. Das Buch selber ist noch gar nicht so alt, das ist von 2012 und ist geschrieben vom Amerikaner Brian McGreevey. Es war sein Debütroman und der Autor war wohl auch beim Dreh der Netflix-Serie sehr stark involviert. Ich habe sowohl die Serie gesehen als auch das Buch gelesen und muss da auch sagen, dass es sehr, sehr nah, also das, was in der Serie gezeigt wird, ist sehr, sehr nah an dem, wie es im Buch beschrieben wird. Auch in Hemlock Grove verwandeln sich die Wehrwölfe bei Vollmond, können sich zwar auch außerhalb der Reihe, also außerhalb des Vollmonds verwandeln, das ist allerdings immer mit einem gewissen Preis verbunden, das heißt, wer sich zwanghaft außerhalb der Reihe verwandelt, der wird, verliert irgendwann den Verstand und wird dann, ja, zu so einer Art bösem Wehrwolf, zu einem Wehrwolf, der sinnlos einfach nur Massaker anrichtet und selber gar nichts mitkriegt als Mensch von dem, was er als Wehrwolf so getan hat. Hemlock Grove spielt in einem fiktiven Städtchen namens Hemlock Grove in Pennsylvania. Ich habe das mal auf Google Maps gesucht, weil mich interessiert hat, ob es es gibt oder nicht. Es gibt tatsächlich in einem kleinen Township in Pennsylvania eine sehr kleine Gegend, ich glaube, es ist so eine Art so ein kleines Wäldchen oder sowas, eine Kirche, die Hemlock Grove Methodist Union Church oder sowas heißt und eine Straße, die Hemlock Grove Road heißt, aber keine komplette Stadt. Die Stadt ist ausgedacht. Der Auslöser der Geschichten in Hemlock Grove ist der Tod eines Schulmädchens, die auf sehr, sehr grausame Art und Weise und so wie es aussieht von einem Tier getötet, nicht nur getötet, sondern regelrecht zerfetzt worden ist. Ich glaube, man findet nur noch so den oberen Teil von der guten irgendwo auf einem Spielplatz oder sowas und sehr schnell gibt es eine ganze Reihe von Verdächtigen. Da ist zum einen ein Obdachloser, der aus dem White Tower ausgebrochen ist. Das ist eine Art Pharmaunternehmen, kontrolliert von der Godfrey-Familie, die auch die komplette Stadt eigentlich kontrolliert. Aus der Godfrey-Familie ist auch ein Mitglied verdächtigt, nämlich Roman Godfrey, der Erbe der Godfrey-Familie sozusagen. Und Roman Godfrey ist ein Vampir, genau deswegen hätte Hemlock Grove auch an dieser Stelle schon ganz gut in die Vampir-Folge gepasst. Und sein, ja, für den größten Teil des Buchs eigentlich bester Freund, Peter Romancheck heißt er, glaube ich, ich weiß nicht genau, ob ich es richtig ausspreche, der ist ein Wehrwolf. Wie gesagt, die Wehrwölfe verwandeln sich bei Vollmond in einen Wehrwolf, in einen Wolf. Es ist wohl vererbbar, denn Peters Großvater und auch einige andere aus der ganzen Familie waren Wehrwölfe und auch alles Cindy und Roma, glaube ich, also alles herumziehende, fahrende Leute, die in der Geschichte in Hemlock Grove sind Peter und seine Mutter gerade frisch nach Hemlock Grove gezogen in so einen alten Trailer oder so was, so ein kleines Haus irgendwo ziemlich außerhalb der Stadt, was dem Onkel oder sowas gehört hat, der kürzlich dann verstorben ist. In Hemlock Grove selber gibt es noch eine Methode, ein Wehrwolf zu werden, die ich so, glaube ich, nirgends anders gefunden habe, und zwar indem man Wasser aus einer Pfütze trinkt und das ist keine ganz gewöhnliche Pfütze, sondern es ist ein Fußabdruck eines Wehrwolfs. In diesem Fußabdruck das Wasser, was sich da drin sammelt, wenn es regnet oder sowas, wenn man das trinkt, kann man wohl auch zu einem Wehrwolf werden. Ich möchte jetzt nicht mehr zu viel über die Wehrwölfe und die Art und Weise, ein Wehrwolf zu werden, reden, denn das ist einer der drei Hauptstränge, Hauptstorylines, die wir in Hemlock Grove haben. Zum einen haben wir eben diese Storyline mit den Morden, die dann in irgendeiner Form aufgeklärt werden. Wir haben eine Storyline mit einem Kinderarzt, der sozusagen der größte Gegner der Vampire auch ist und die Storyline der Vampire in der Godfrey-Familie, die in irgendeiner Art und Weise am Überleben sind, am Leben bleiben wollen und auch diesem Kinderarzt, über den erzähle ich jetzt mal nicht mehr, noch entkommen wollen. Also wir haben hier mehrere Handlungsstränge. Diese drei Staffeln zeigen auch ziemlich gut den Inhalt des Buches. Also es ist ein Buch, das dann in diese drei Staffeln umgebaut wurde und dementsprechend kann auch die Serie tatsächlich sehr detailgetreu und sehr nah am Buch bleiben, weil wirklich genug Zeit ist, diese Geschichten zu zeigen, darzustellen. Hamlock Grove allgemein ist extrem verstörend teilweise von den Charakteren. Ich finde es grandios. Es sind wirklich kranke Leute dabei. Ich glaube nicht. Es gibt eine normale Person wahrscheinlich oder zwei normale Personen der ganze Rest hat richtig derbe einen an der Klatsche und ist richtig krank im Kopf. Es macht sehr viel Spaß diese Serie anzuschauen und es macht auch sehr viel Spaß das Buch zu lesen. Es ist ein sehr gut geschriebenes Buch. Stellenweise wie die Serie auch zieht es sich dann teilweise ein bisschen. Gibt es mal die ein oder andere Schleife zu viel in meinen Augen. Aber ansonsten eine sehr gelungene Sache. Kann man gut lesen, macht sehr viel Spaß oder wer keine Lust hat aufs Lesen beziehungsweise im Anschluss oder davor noch Lust drauf hat, natürlich auch die Serie anschauen. Kann ich beides auf jeden Fall sehr empfehlen. Ja, ich würde sagen, damit haben wir jetzt über eine halbe Stunde schon sehr sehr viel über Wehrwölfe, über ihre historische Herkunft, über die Entwicklung, über die Zeit und über dann die Verwurschtung in den popkulturellen Aspekten gehört, haben uns was angeschaut. Ich hoffe, es war unterhaltsam, informativ, hat euch Spaß gemacht, wie immer. Meldet euch gerne, lasst ein Feedback da, schreibt mir auf Twitter, folgt mir auf Twitter, ich haue auch immer mal wieder ein paar Infos raus, wann die nächste Folge kommt oder schreibt allen möglichen Schwachsinn auf Twitter. At Volksverdommung, da gerne vorbeischauen, da gerne auch eine Nachricht vorbeidalassen. Ich sollte aufhören zu reden, ich verschlucke meine Worte. Oder natürlich per E-Mail an volksverdommung at gmail.com da auch natürlich jederzeit gerne melden. Ja, damit sind wir, glaube ich, durch für diese Folge. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr auch diesmal wieder eingeschalten habt. Erzählt allen Leuten, die auch nur im Ansatz mal in irgendeiner Form Interesse an Fantasy gezeigt haben, davon, lasst sie auch an diesem wunderbaren Podcast teilhaben. und jetzt war's genug Selbstbeweihräucherung. Ich wünsche euch eine angenehme restliche Zeit, was auch immer ihr heute noch macht. Für alle, die es vorm Schlafengehen anhören, gute Nacht, schlaft gut, träumt was Schönes und bis zur nächsten Folge der Volksverdommung. Bis zum nächsten Mal.